Wir von Learn4Life haben uns in der letzten Woche gefragt, was wir zur aktuellen Situation beitragen können. Und so ist unser Herzensprojekt Learn4Life School entstanden. Wir haben die besten Coaches im deutschsprachigen Raum gefragt, ob sie euch eine Stunde schenken. Ich, Vater von zwei Kindern, war immer skeptisch sowas gegenüber. Ich sage noch eins, es ist geil. Hallo, ich unterrichte an einer neuen Mittelschule in St. Martin im Mühlkreis und kann Learn4Life School wirklich empfehlen. Jetzt im Juni, wenn wir wieder mit der Schule beginnen, werde ich diese Programme auf jeden Fall in meinem Unterricht einsetzen. Und noch einmal danke. Hallo, ich bin Sir Leon Sachsinger und ich will mein Leben erfolgreich werden. Darum schaue ich Learn4Life. Ohne Input, kein Output. Ich glaube schon, dass dieses Format ein Teil vom Unterricht werden könnte, vor allem des Online-Unterrichts. Denn man kann sich ja jederzeit den Livestream noch online auf YouTube ansehen. Jeden Mittwoch um 18 Uhr auf YouTube. Hallo, mein Name ist Dr. Matthias Hombauer. Ich bin studierter Molekularbiologe, habe aber recht schnell herausgefunden, dass das Leben zu kurz ist, um nicht seinen Leidenschaften zu folgen. Da ich leider nicht persönlich anwesend sein kann, habe ich einen Vortrag aufgenommen, bei dem ich euch zeigen möchte, wie ich meinen beiden Leidenschaften Musik und Fotografie gefolgt bin. Mein Ziel ist es, mit meiner Geschichte zu zeigen, wie auch ihr mit euren Leidenschaften durchstarten könnt, ohne die Fehler zu machen, die ich begangen habe. Viel Spaß dabei! Bevor wir darüber sprechen, wie ihr euren Traum leben könnt, möchte ich euch gerne meine Geschichte erzählen, um zu zeigen, dass das Leben meist über Umwege führt. Alles begann am Gymnasium in Neunkirchen und ich wollte schon damals Forscher werden und entschieden mich für das Bundesrealgymnasium mit Schwerpunkt Mathematik und darstellende Geometrie, da ich dachte, ein naturwissenschaftlicher Zweig ist eine gute Wahl. Nach vier Jahren jedoch wechselten der Großteil meiner Freunde in die HTL für Elektrotechnik in der Neustadt und mir blieb nichts anderes übrig, als zu folgen. So wie das oft im Leben ist, man plant etwas und dann kommt es doch anders als gedacht und das kennt ihr vielleicht auch selbst schon von euren Entscheidungen. In der HTL für Elektrotechnik wurde ich nicht sehr glücklich und ich bemerkte relativ rasch, dass diese technischen Fächer nicht meins waren. Aber mir war auch bewusst, ich muss diese Schule abschließen, um die Matura in den Taschen zu haben und dann den nächsten Schritt zu machen. Also schloss ich die Matura ab und machte als Rettungsfahrer meinen Zivildienst. Während des Zivildienst kam mir die Idee, ich möchte mehr über meinen Körper erfahren und zwar im biologischen Sinne. Also wechselte ich nach Wien, zog von Niederösterreich nach Wien in meine erste Wohnung mit 19 und machte die Ausbildung zu medizinisch-technischen Analytiker am AKH in Wien. Damals war es noch eine Drei-Jahres-Ausbildung, mittlerweile ist es eine fünfjährige Fachhochschule. Was macht man als MTA, als medizinisch-technisch-Analytiker, wie der Name schon impliziert, steht man im Labor, nimmt Blutproben von Patienten, analysiert diese und so weiter. Am Abschluss dieser Ausbildung stand eine Diplomarbeit und mein Diplomarbeitsbetreuer sagte damals zu mir, wenn dich das Thema so interessiert, wieso gehst du nicht weiter studieren? Also folgte ich seinem Rat und trug mich auf der Universität in Wien für das Studium Molekularbiologie ein. Und hier seht ihr die Dr. Borgasse, wo Fächer wie Genetik, Mikrobiologie, Immunologie und so weiter gelehrt werden. Das Studium war eine großartige Zeit, habe ich sehr genossen, interessante Vorträge, interessante Themen und habe nach fünfeinhalb Jahren das Studium meinem Magister damals, mittlerweile ist ein Masterstudium abgeschlossen, um meine Doktorarbeit wieder zurück am AKH zu schreiben. Zu Beginn meiner Doktorarbeit war ich super motiviert und ich dachte mir schon, ich kann den Nobelpreis irgendwann einmal gewinnen. Hier sieht man mich im sogenannten Maushaus mit Mundschutz, was ja leider schon zur Alltäglichkeit geworden ist, wo ich verschiedenste Experimente durchgeführt habe. Alles lief nach Plan, ich war glücklich, ich war endlich Forscher. Und mir war eine großartige Zukunft beschert, entweder im akademischen Bereich oder bei einer Pharmafirma. Jedoch, nachdem ich zwei Jahre in meiner Doktorarbeit gearbeitet habe, hat sich etwas verändert. Ich war frustriert, das waren sehr lange Arbeitszeiten, inklusive Wochenenden. Ich hatte meinen Hobbys nicht mehr nachgehen können, weil ich eben so viel gearbeitet habe. Und mein Körper gab mir zu verstehen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Jeden Morgen, wo ich aufwachte, hatte ich so ein flaues, dumpfes Gefühl in der Magengegend und ich konnte das zu Beginn nicht einordnen. Es kristallisierte sich aber heraus, dass mein Traum, den ich schon immer leben wollte, Forscher zu sein, nicht das ist, wofür ich es gehalten hatte. Mein Körper rebellierte und sagte mir, du wirst nicht glücklich, wenn du diesen vermeintlichen Traum lebst. Also beginne ich zu überlegen, was sind meine Leidenschaften, was macht mir wirklich Spaß. Und ihr könnt euch vorstellen, meine Eltern, meine Arbeitskollegen, mein Umfeld, jeder griff sich auf den Kopf und sagte, du kannst das jetzt nicht aufgeben. Nach neun Jahren Studium möchtest du alles hinwerfen und etwas komplett anderes machen, wovon du keine Ahnung hast, keine Ausbildung. Das ist verrückt. Und mach deine Arbeit und wenn du in Pension bist, mit 60, mit 65, vielleicht dann schon mit 70, dann kannst du deine Leidenschaft leben. Das war mir aber nicht genug. Und ich forschte nach und ich kam drauf, dass ich schon immer Musik begeistert war. Hier links am Foto sieht man mich mit drei Jahren, mit den großen Kopfhörern, mit denen ich die Schallplattensammlung meines Vaters durchgehört hatte. Rechts dann mit 13 Jahren, wo ich Gitarren spielen gelernt habe und meine eigene Band auf die Beine gestellt, hatte dieses Foto. Hier zeigt noch ein Konzertausschnitt mit langen Haaren. Wir waren sehr auf Heavy Metal unterwegs. Und hier war ich mit 28 Jahren fast einen PhD, einen Doktorat in den Händen, aber unglücklich. Und so entschied ich mich. Soll ich im Labor bleiben und mein Leben fristen und unglücklich sein? Oder soll ich meine beiden Leidenschaften Musik und Fotografie, weil das war auch etwas, was ich erst begonnen hatte, Fotos zu machen, hat mir viel Spaß gemacht, zu verbinden, um Musik- bzw. Konzertfotograf zu werden. Musik- und Konzertfotograf ist ein Fotograf, der Bands fotografiert, meist vor der Bühne, kann auch sein auf der Bühne oder mit Bands herumreisen. Und mein Traum war es, Rockbands, die ich sehr gerne mochte, einfach zu begleiten und fotografisch festzuhalten. Also entschied ich mich, nachdem ich mein Doktorat in den Händen hielt, Fotograf zu werden. Auch hier sei gesagt, das war ein sehr langer Prozess, das hat circa zwei Jahre gedauert, bis ich diese Entscheidung getroffen hatte. Und für mich war immer klar, ich möchte meine Ausbildung fertig machen und mein Doktorat in den Händen halten. Denn falls das mit der Fotografie nichts wird, dann kann ich zumindest zurückgehen und es war nicht umsonst. Nichtsdestotrotz sprang ich Hals über Kopf als Fotograf in die Selbstständigkeit. Ich hatte keine Fotografieausbildung, ich hatte keine Ahnung, wie man ein Business aufbaut, aber etwas in mir sagte mir, meine Intuition, mein Gefühl, das ist es, was du machen sollst. Mittlerweile bin ich ein international angesehener Konzertfotograf. Ich habe mit den weltweit größten Bands gearbeitet, hier mit The Prodigy. Ich habe alle Stars fotografiert, die mich persönlich interessieren. Hier ist Miley Cyrus, hier sind Metallica, hier ist DJ Marshmallow, hier ist Swiss Khalifa in Saudi-Arabien, wo ich letztes Jahr noch einige Male eingeflogen wurde, um diese riesigen Musikspektakel zu begleiten. Ich bin von Instagram gebucht worden, das größte französische Musikfestival mit dem Namen Franco Folit zu fotografieren und ich habe auch eine Ausstellung in Buenos Aires mit einigen meiner internationalen Konzertfotografie-Kollegen bestritten. Alles war gut. Ich lebte das Rockstar-Leben, ich bin mit Bands auf Tour gegangen, ich war in all diesen Clubs, ich habe Fotos gemacht, ich nannte diese Bands meine Freunde. Und trotzdem hat das Leben wieder etwas anderes für mich im Sinn gehabt. Und zwar meine Kinder. Ich bin Vater geworden, wir haben mittlerweile zwei Kinder, das ist die Mia links und der Noah rechts und das ist meine liebe und wundervolle Frau Lynn. Und ich begann wieder nachzudenken, ist es wirklich das, was ich möchte, mit Bands auf Tour gehen, weg von der Familie sein? Und ich hörte in mich selbst hinein und merkte, Familie ist mein innerer Wert oder mein wichtigster Wert, mein Core-Value. Ich möchte bei der Familie sein, ich möchte meine Kinder aufwachsen sein, ich möchte nicht der Vater sein, der in der Früh aus dem Haus geht und am Abend nach Hause kommt oder noch schlimmer als Konzertfotograf monatelang durch die Welt touren mit Bands und gar nicht zu Hause zu sein. Deshalb entschloss ich mich, ich muss wieder etwas ändern. Und zu dieser Zeit kam mir ein Buch in die Hände von Tim Ferriss. Das Ganze heißt The 4-Hour-Work-Week oder auf Deutsch die 4-Stunden-Woche. Und was Tim Ferriss in seinem Buch beschreibt, ist folgendes. Normalerweise haben wir eine Arbeit, wir gehen dorthin, wir sitzen unsere Zeit ab und bekommen dafür bezahlt. In meinem Fall als Fotograf war es so, wenn ich zum Beispiel eine Hochzeit fotografiert habe und ich war 8 Stunden bei einer Hochzeit, dann habe ich angenommen 1000 Euro bekommen. Wenn ich jetzt länger geblieben bin, nämlich 12 Stunden, dann habe ich dementsprechend mehr bekommen, vielleicht 1400 Euro. Das Problem dabei ist an diesem System, dass immer deine Zeit gegen Geld getauscht wird. Je länger du arbeitest, desto mehr verdienst du. Wenn du einmal viel verdienen möchtest, kannst du gerne in eine Firma gehen und einen Managerjob annehmen, dann wirst du viel verdienen, aber du wirst kaum Zeit haben. Und mittlerweile kenne ich sehr viele Freunde von mir, die auch junge Väter sind, die einfach 60, 70 Stunden die Woche arbeiten, inklusive Wochenenden. Und das nicht das Leben ist, was sie sich gewünscht haben. Tim Ferriss propagiert also, dass man die Zeit und das Geldverdienen auseinanderbringt oder unabhängig macht und das Ganze kann man am Beispiel eines Online-Business machen. Das heißt, ich war dieser international angesehene Konzertfotograf und dachte mir, wie kann ich mehr Zeit bei meinen Kindern verbringen? Ich mache so, indem ich ein Online-Business baue. Das heißt, ich lehre Menschen weltweit, wie man Konzert fotografiert und berichte über meine Erlebnisse. Gesagt, getan, wieder ohne irgendeine Vorkenntnis, ohne eine Ausbildung. Ich habe sehr viel gelesen, ich habe mir sehr viele Workshops angeschaut, sehr viele Webinare und habe mich da wirklich reingetigert, einige Jahre und war dann in der Lage, einen Videokurs zu verkaufen mit dem Hauptmarkt in Amerika, England und Australien. Ich habe die weltweit größte Konzertfotografie-Community aufgebaut mit Menschen aus über 100 Ländern. Auf Instagram gibt es einen Hashtag, einen ziemlich komischen Hashtag, HTBAP, kurz für das Projekt How to become a Rockstar Photographer mit mittlerweile über 476.000 Fotos. Und ich startete auch einen Podcast, bei dem ich die 100 besten Konzertfotografen der Welt interviewte, um von ihnen zu lernen und dies hat mittlerweile über 100.000 Downloads. Warum erzähle ich euch das alles? Nicht, um jetzt da anzugeben, was ich alles geschafft habe, sondern um euch zu zeigen, wie das Leben spielen kann, wenn man seiner Leidenschaft folgt. Und deshalb möchte ich euch vier Tipps geben, die ich glaube, sehr wichtig sind, um euren Traum zu leben. Bevor wir beginnen, zeige ich bei jedem meiner Webinare diese Kurve. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, vielleicht auch nicht. Das Ganze nennt sich The Forgetting Curve oder Vergessenskurve. Diese Vergessenskurse sagt aus, wenn ihr etwas neu lernt und es nicht aufschreibt bzw. wiederholt, dann werdet ihr nach vier, fünf Tagen fast alles vergessen haben. Das heißt, auch wenn das jetzt der Lehrer mäßig klingt, nehmt euch ein Blatt Papier und Stift zur Hand und schreibt mit, wenn euch etwas anspricht bzw. wenn ihr etwas von diesem Seminar hier lernen wollt. Sonst ist es einfach eine Vergeudung eurer Zeit. Ihr sitzt drinnen, lasst euch berieseln und nach einer Woche wisst ihr nichts mehr davon und das ist nicht der Sinn. Ich habe das auch nicht geglaubt, aber mitschreiben und wiederholen ist einfach das Um und Auf, wenn ihr lernen möchtet. Gut, hier sind die vier Tipps, um deinen Traum zu leben. Leidenschaft und finde dein Warum, nicht perfekt zu sein, Durchhaltevermögen und das Scheitern okay ist und ich möchte da die einzelnen Punkte mit euch durchgehen. Leidenschaft, was ist Leidenschaft? Leidenschaft ist etwas, was von innen kommt, was ihr spüren könnt, was ihr fühlen könnt. Habt ihr eine Leidenschaft wie zum Beispiel Tanzen oder Gitarre spielen oder Zeichnen, dann kennt ihr das. Man denkt den ganzen Tag drüber nach. Man freut sich, dass man seiner Leidenschaft nachgehen kann. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man in seiner Leidenschaft ist. Nichts anderes ist wichtiger als das zu tun. Bei mir war es zum Beispiel das Gitarre spielen, wo ich stundenlang verbracht habe, zu üben, um dann eine Band zu haben. Einige dieser Folien sind auf Englisch und das ist mit Absicht, weil ich möchte euch auch zeigen, dass man ein bisschen außerhalb von den Grenzen denken und lernen kann. Der Großteil der Bücher, die ich lese und den Großteil der Personen, denen ich folge, sind aus Amerika. Aus einem ganz bestimmten Grund. Es gibt sehr viele Startups dort. Es gibt sehr viele Menschen, die Dinge anders machen als der Großteil der Menschheit. Das sind bekannte CEOs, Firmengründer. Das sind Leute, die Visionen haben. Und dahingehend möchte ich euch ein bisschen pushen, auch die englische Sprache mit in euer Repertoire zu nehmen. Lest englische Bücher. Freundet euch an mit der englischen Sprache. Die ist so wichtig, vor allem wenn man ein Projekt startet, das nicht nur in Österreich oder im deutschsprachigen Raum dann erfolgreich sein soll, sondern international. Und deshalb sind ein paar Folien auf Englisch, nur um euch zu zeigen, es gibt sehr viel mehr als jetzt dann nur, was man in deutschen Büchern liest. Also zurück zur Leidenschaft. Curiosity, Passion, Purpose. Diese drei Begriffe hängen zusammen. Curiosity, wenn man etwas, wenn man eine Neugierde für etwas hat. Kommen wir zurück zum Beispiel mit der Gitarre. Man ist neugierig, man möchte Gitarre spielen lernen. Was macht man? Entweder man hat einen Freund oder Freundin, die eine Gitarre hat. Vielleicht kann die einem die Gitarre borgen oder man kauft sich eine billige Gitarre und man versucht einmal ein bisschen herumzuspielen, ob das Spaß macht. Das ist die Neugierde. Sobald die Neugierde befriedigt ist und man sagt, genau das ist es, ich möchte mehr lernen, wird es zu einer Leidenschaft. Die Leidenschaft, wie zuvor schon erwähnt, ist etwas, was man im Inneren trägt und wo man sich sehr wohl dabei fühlt, wenn man diese Leidenschaft ausübt. Die Zeit verfliegt, es gibt nichts Wichtigeres. Du wirst nachts wach und denkst an deine Leidenschaft. Und dann gibt es noch Purpose, also der Zweck und der Sinn dahinter. Und wenn du an deine Leidenschaft noch einen Sinn drangeben kannst, dann ist die Leidenschaft noch umso größer. Für mich zur Zeit, mein Sinn und Zweck meines Seins ist, Vater zu sein. Und ich bin ein Vater, der zu Hause ist, der von zu Hause arbeitet und für seine Kinder da ist. Und der Zweck meines Tons sind die Kinder. Beim Gitarrenspielen könnte es sein, dass man einmal ein Rockstar werden will oder dass man einfach eine Band haben möchte oder dass man eigene Lieder schreibt und die anderen Menschen vorspielen möchte. Hier ein kleines Modell, um das Ganze zu veranschaulichen. Es gibt ein Buch von Simon Sinek, das heißt Start with Why. Also finde dein Warum. Was ist dein Warum? Und rechts sieh dir hier eine Skizze eines sogenannten Golden Circle. Die meisten Menschen beginnen an der äußeren Schale. Das heißt, what do you do? Was machst du? Das ist die erste Frage, wenn man jemanden neu kennenlernt. Man fragt, was machst du eigentlich? Was ist dein Job? Das ist einmal die äußere Schale. Was machst du? Ich spiele Gitarre. Ich bin Fotograf. Ich bin Grafikdesigner. Ich bin Modedesigner. Was auch immer. Die zweite Ebene ist das How. How do you do what you do? Wie machst du das? Es ist immer das, was mache ich und wie mache ich es. Wie kann ich ein guter Grafikdesigner sein? Welche Kameraeinstellungen brauche ich für meine Kamera? Welche Griffe verwende ich auf der Gitarre, um Song XY zu spielen? Und dann das Wichtigste, was aber meist vergessen wird, ist das Why. Warum machst du das? Warum hast du deine Leidenschaft? Was treibt dich an? Was ist dein innerer Motivator? Was ist der Zweck und was ist der Sinn? Was ist auch der Sinn, warum du am Leben bist? Also viele Menschen, inklusive mir, glauben, dass wir eine Mission haben. Jeder von uns. Individuell. Und wenn du diese Mission findest, dann findest du eben auch diese Leidenschaft und dann wird sich die Welt für dich verändern. Auch wenn das esoterisch klingt, daran gibt es aber keine Zweifel mehr. Das Universum wird versuchen, dir zu helfen in deinem Bestreben nach Glück, nach Erfolg. Deshalb ist es so wichtig, dein Warum zu kennen. Es gibt hier aus dem Japanischen eine gute Skizze, die ich euch hier gerne vorstellen möchte. Das nennt sich Ikigai, auf Japanisch Reason for Being. Also der Sinn oder der Zweck des Seins. Und ihr seht hier verschiedene Kreise. Und die äußeren Kreise, what you love, also was du gerne machst, das ist praktisch deine Leidenschaft und deine Mission in dem roten Kreis, und dann im Uhrzeigersinn gesehen, what the world needs, was braucht die Welt, das ist jetzt wieder deine Mission und deine Berufung, what you can be paid for, was kannst du machen, um von deiner Profession sozusagen bezahlt zu werden und wo bist du gut darin, was sind deine Talente, was sind deine Vorlieben. Und wenn du einen Ikigai-Schnitt sozusagen von diesen Schnittmengen bekommst, dann hast du praktisch deine Leidenschaft gefunden, deine Mission und du bist auf dem richtigen Weg, deinen Traum zu leben. Ein guter Freund von mir, Ali Malocci, hat darüber ein Buch geschrieben, Entdecke dein Wofür, der Weg zu einem Leben, das wirklich deins ist. Wir haben es uns zu empfehlen für jeden, der da mehr wissen möchte darüber und noch einmal wirklich tiefer gehen möchte. Das Buch beinhaltet Übungen und ich kann es nur jedem empfehlen. Der Ali ist ein super Typ, der auch viel für Jugendliche macht und das ist wirklich sein Herzenswunsch, dass auch Jugendliche schon von früh an sozusagen ihr Wofür finden, damit sie dann ihren Weg gehen können. Also wenn sie interessiert, entdecke dein Wofür. Das Zweite, nicht perfekt sein zu müssen. Eins meiner Lieblingszitate, You don't have to be perfect, you just beep, do things. Und das trifft den Zeitgeist genau. Wenn ihr auf Instagram schaut, das ist mein Instagram Reel, witzigerweise habe ich da sehr viele Muskelmänner, weil mich Calisthenics und Workouts interessieren. Ihr werdet andere Dinge haben, aber man sieht schon, es geht eigentlich immer darum, sich von der besten Seite zu zeigen und ein Instagram Reel oder ein Instagram Feed, sei es jetzt da auf Instagram, auf TikTok, auf Pinterest, Facebook, wo auch immer, auf diesen Social Media Plattformen, geht es immer darum, einen Ausschnitt seines Lebens zu zeigen. Und meist ist es so, dass man einfach die besten Ausschnitte herzeigt. Es wird keiner von den Celebrities ein Foto posten, wo er oder sie nicht perfekt aussieht, weil das natürlich alles in Szene gesetzt ist und ihr wisst das alles, ihr wisst auch mehr über YouTube-Stars und so, ich weiß, dass das... Ein Ziel von vielen ist, YouTube-Star oder Social Media-Star zu werden, aber ich möchte euch nur sagen, perfekt ist niemand und es muss auch keiner perfekt sein. Jeder ist für sich perfekt. Jeder hat bestimmte Talente, jeder hat bestimmte Missionen zu erfüllen, bestimmte Leidenschaften und man muss nicht jemandem nacheifern. Und der Will Smith sagt das sehr gut, don't compare yourself to others, that's when you start to lose confidence in yourself. Sobald ihr beginnt, euch mit diesen Celebrities oder diesen ganzen Stars, Social Media-Stars zu vergleichen, seid ihr auf einem guten Weg, frustriert zu werden, euer Selbstvertrauen zu verlieren und so weiter. Wie gesagt, jeder hat ein anderes Leben und diese Abbildung in Social Media sind einfach die Best-of-Aufnahmen von deren Leben. Und klar ist es gut, wenn man motiviert wird und inspiriert von solchen Leuten, aber vergleicht es euch nicht. Das ist die Message. Und deshalb müsst ihr nicht perfekt sein. Keiner ist perfekt, auch diese Leute sind nicht perfekt. Und ich bin selbst Fotograf, ich weiß, wie viel man verändern kann mit Photoshop und wie oft das gemacht wird. Also mit einem bestimmten Respektabstand Inspirationen holen, aber jetzt nicht eins zu eins versuchen, da das gleiche Leben wie in Arnold Schwarzenegger zu leben oder sonst jemand. Der dritte Tipp ist Durchhaltevermögen. Keiner ist vom Himmel gefallen, keiner hat Erfolg über Nacht gemacht oder bekommen. Das ist ein Zitat, das ich auch sehr gerne verwende. It's not a sprint, it's a marathon. Be patient and grind hard every single day. Was das übersetzt heißt, ist einfach, wenn man einen Traum hat, wenn man seine Leidenschaft gefunden hat und diesen Weg geht, dann wird dieser Weg steinig sein. Dieser Weg ist nicht ein Weg, den der Großteil unserer Bevölkerung oder unserer Menschheit geht, weil die meisten machen eine Ausbildung, haben einen 9-to-5-Job, haben einen Chef, der ihnen sagt, was sie machen, lassen sich herumschubsen und ihr Schicksal jemand anderen für sich entscheiden. Wenn du aber sagst, ich gehe meinen Weg, dann bist du oft alleine auf diesem Weg und dieser Weg wird steinig sein, es werden sehr viele Hindernisse zu überwinden sein, nicht jeder Tag wird gut sein, du wirst sehr viel frustriert sein, du wirst sehr viel an dir selbst zweifeln, aber wenn du eben diese Leidenschaft hast und deshalb das Wichtige, wenn du denn wofür weißt, dann wird dich das einfach auf lange Frist durchhalten lassen und das ist damit gemeint. It's not a sprint, it's a marathon. Jeder von euch kennt wahrscheinlich Angry Birds. Das Spiel ist von einer schwedischen Softwarefirma und Angry Birds war deren 52. Spiel. Das heißt, sie haben 51 Spiele vorher gemacht, die kein Erfolg waren. Muss man sich einmal vorstellen. Normalerweise gibt man nach dem ersten Mal auf. Nicht so die Angry Birds Entwickler, sie haben einfach weitergemacht, weil sie wahrscheinlich eine Mission oder ein Ziel hatten und Angry Birds wurde ein Welterfolg. Nur die Geschichte dahinter kennt man nicht und man glaubt, das war ein Overnight Success, wie man so schön sagt und das möchte ich auch machen. Wie gesagt, man braucht gewisses Durchhaltevermögen, um ans Ziel zu kommen. Und viertens, scheitern ist okay. Und das kommt auch ganz stark von der Startup-Szene in Amerika. Dieses Mindset, dieser Ansatz, dieser Gedankenansatz, dass man sagt, wenn ich scheitere, dann stehe ich einfach wieder auf und probiere es nochmal, weil jetzt habe ich davon gelernt. Vorher habe ich es nicht wissen können. Mir kommt vor, in unseren Gesellschaftsschichten hier im deutschsprachigen Raum, vor allem in Österreich und in Deutschland ist es so, dass man sagt, du hast eine Chance, du gründest eine Firma, die geht pleite, that's it, das war's, du bist ein Loser, du hast es nicht geschafft, mach was anderes. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Du musst lernen durch scheitern. Und je öfter, dass du scheiterst, desto mehr lernst du, desto öfter du aufstehst, desto erfolgreicher wirst du werden. Deshalb ist scheitern okay und ich möchte euch da noch ein kurzes Beispiel geben. Elon Musk, einige von euch werden den kennen, falls ihr den verfolgt, großer Visionär mit Tesla, aber auch mit SpaceX und SpaceX ist eine Weltraumfirma, wo er sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen auf den Mars zu bringen. Und die Geschichte erzählt, wie er diese Firma gegründet hat, hatte er Geld für drei Raketenstarts. Und die waren auch unbemannt, da sind also keine Astronauten drinnen gesessen, aber das Ziel war, eine Rakete zu entwickeln, welche kostengünstig ins All geschossen werden kann und auch wieder recycelt. Das heißt, die Raketenteile fallen auch wieder auf die Erde zurück und können recycelt und wiederverwendet werden. Er hatte Geld für drei Starts. Der erste Start, Explosion. schon am Startturm. Der zweite Start, auch eine Explosion. Dritte Start, die Rakete ist abgehoben, trotzdem explodiert, bevor sie das All erreichte. Normalerweise gibt man auf. Elon Musk ist aber dieser verrückte Typ, der sagt, nein, es geht schon irgendwie, hat aus irgendwelchen Quellen noch Geld für einen vierten Start zusammengetragen. Beim vierten Start hat es funktioniert. Und mittlerweile war der erste bemannte Raumflug von SpaceX mit diesen zwei Herrschaften hier, ich glaube, vor kurzer Zeit. Und die Vision lebt wieder. Und hätte ja vorher schon aufgegeben, wäre dieser Traum nie in Erfüllung gegangen. Also scheitern ist okay. Also hier sind die vier Tipps noch einmal, um deinen Traum zu leben. Finde deine Leidenschaft, finde dein Warum, um wirklich einen starken Antrieb für dich selbst zu haben, warum du das machst. Du musst nicht perfekt sein, du bist perfekt, so wie du bist. Jeder ist individuell, jeder hat seine Eigenschaften, seine Charakterzüge. Du musst es keinem recht machen, sozusagen, dass du perfekt bist und du sollst auf keinen Fall dich mit anderen vergleichen. Durchhaltevermögen ist gefragt. Wenn du einmal losstartest, wird es sehr viele Steine am Weg geben, die du aber mit Durchhaltevermögen meistern wirst. Und scheitern ist auch okay. Das heißt, wenn du einmal hinfällst, steh einfach wieder auf, lerne daraus und versuche es noch einmal, solange bis du Erfolg hast. Ich hoffe, dieser kleine Vortrag hat euch motiviert und inspiriert, um eure Projekte, um eure Traumprojekte zu starten. Und ich möchte euch gerne noch mit einem Zitat entlassen. Das heißt, Dream big, start small, act now. Das heißt, ich möchte euch noch mal mit einem Zitat